Ein paranormales Phänomen lähmt derzeit das öffentliche Leben in der malerischen Kleinstadt Eulenberg. Augenzeugen sprechen von einer Art Gespenst, das soll allerdings nicht weiß sein, sondern schwarz wie der Tod und es greift am helllichen Tag an. Bei uns ist praktisch dauernd Geisterstunde, sagte mir der schreckensbleiche Bürgermeister. Die übersinnliche Erscheinung hat bereits die Rathausangestellten terrorisiert und Kinder beim Schulausflug einer Heidenangst eingejagt. Höhepunkt des Horrors war kürzlich die 325-Jahr-Feier der Stadt, als das Wesen aus der Hölle die Darsteller des historischen Schauspiels angriff. Das war die pure Panik, schildert mir das ein Notfallseelsorger. Offenbar geht der Spuk von der Burg über der Stadt aus, selbst die Turmuhr ist in Mitleidenschaft gezogen, seit Beginn des Albtraums geht die zwölf Stunden vor. Andreas Kohl, Eulenberg.